heute willkommen zu einem weiteren mythos video habt ihr euch schon mal die frage gestellt was passiert wenn maggys ultimative fähigkeit auf ein feindliches schild nicht die bubble sondern das schild von gibalder trifft wir wissen ja dass die ultimative fähigkeit von maggie so ziemlich alles zerstören kann und das kuriose bei dem was ich euch jetzt zeigen will war warum ich da überhaupt drauf komme ich habe nämlich ein video gesehen wie tatsächlich die ultimative fähigkeit von gibis schild geblockt wurde und ich möchte euch jetzt tatsächlich zeigen was passiert mythos ja oder nein ich halte mein schild hoch ihr seht dass es leuchtet und wir moment ich muss kurz hier aktivieren sagt jetzt kommt sie auf den weg ich habe eine vor den latz gekriegt der mythos ist definitiv nicht bestätigt das kuriose war ich habe in dem video gesehen dass es tatsächlich geblockt war und ich bin mir sehr sehr sicher dass auch friendly fire aktiviert war das war aber noch auf der alten firing range es kann also sein dass das mittlerweile gepatcht wurde auf jeden fall kriegst du trotzdem damage also ihr wisst bescheid falls ihr euch die frage jemals gestellt habt was da passiert ihr kriegt trotzdem schaden also haut rein bis zum nächsten mal ciao